»Ich habe einige Seiten deiner Schrift gelesen. Ich beschwöre dich, wenn du künftig etwas herausgibst, frage gelehrte Freunde um Rat, ehe du etwas veröffentlichst. Ich fürchte, jene Schrift bringt dir große Gefahr.« schrieb Erasmus von Rotterdam an Zwingli, nachdem er dessen Brief an Bischof Hugo von Konstanz gelesen hatte. Für Erasmus ist es unverständlich, daß ein so vernünftig denkender Mann wie Zwingli plötzlich den behutsamen Weg des humanistischen Reformdenkens verlassen hatte und jetzt der kirchlichen Hierarchie das Recht absprach, in Sachen Evangeliumsverkündigung und kirchlicher Ordnung überhaupt ein Urteil zu sprechen. Damit forderte Zwingli offen die kirchliche Obrigkeit heraus. Für Zwingli soll dagegen die Heilige Schrift künftig Norm und Maßstab für das kirchliche Leben sein. Und aus diesem Grund verteidigt er auch die evangelische Predigt, die die Kirchenoberen als Ketzerei verurteilen. »Das Volk wird keinesfalls verführt, wenn es darum geht, ihm die evangelische Lehre vorzutragen, damit es die menschlichen Überlieferungen und das Zeremonienwesen hinter sich lassen kann. Die Predigt kann daher weder kirchenspaltend noch ketzerisch sein, da sie Christus verkündigt, der allein das Fundament der Kirche ist.« Von seinem Bischof in Konstanz erwartet Zwingli nichts mehr, denn der verkörpert ja gerade alle die kirchlichen Satzungen, die von Menschen ausgedacht wurden. Die Reformgesinnten hingegen stehen auf der Seite Christi. Und weil diese ihre Entscheidungen nach Christi Lehre ausrichten, müssen sie auch konsequent für Veränderungen eintreten. Deshalb lehnt Zwingli in seinem Schreiben an den Bischof auch den Zölibat ab. Er selbst hatte bereits im Frühjahr 1522 eine heimliche Ehe, also ein sogenanntes Matrimonium clandestinum, mit der gleichaltrigen Anna Reinhardt, der Witwe des Junkers Hans Mayer von Kronau, geschlossen. Dazu der Kirchenhistoriker Gottfried Locher. Natürlich war einem Priester grundsätzlich auch diese Form der Ehe nicht erlaubt. Daher gab es für Zwingli und seine Frau erst zwei Jahre später, als sich die kirchliche Situation in Zürich verändert hatte, eine öffentliche Trauung. Anna Reinhardt brachte drei Kinder mit in die Ehe und hatte noch vier mit Zwingli. Gottfried Locher. Die Kinder aus Annas erster Ehe waren reich. Anna selbst hatte nur bescheidene eigene Einkünfte. Die wenigen Angaben über Zwinglis häusliches Leben lassen erkennen, dass es eine gute Ehe war. Der Vater hat die Stiefkinder und die eigenen, Töchter wie Söhne, gewissenhaft und freundlich erzogen. Entgegen der häuslichen Idylle verschlechterte sich jedoch die Stimmung am Großmünster in Zürich zunehmend. Die Gegner des reformatorischen Kurses, die bisher eher im Hintergrund geblieben waren, traten nun an die Öffentlichkeit. Der Kirchenhistoriker Volker Lepin. Die Brisanz der Situation für Zwingli wird darin sichtbar, dass jetzt der Chorherr Konrad Hofmann eine Anklageschrift vorlegte, für die er drei Jahre lang belastendes Material gesammelt hatte und mit der er nun die Absetzung Zwinglis betreiben wollte. Dass er damit nicht allein stand, zeigt eine anonym eingereichte Anklageschrift weiterer Chorherren. Dennoch konnte Zwingli diese Angriffe in Verhandlungen vor dem Kapitel abwehren. Da auch der Rat der Stadt in gewichtigen Teilen Zwingli wohlgesonnen war, kam es zu einer abwartenden städtischen Politik, die Zwingli weitere reformatorische Aktivitäten ermöglichte. Inzwischen hatte Zwingli auch treue Helfer unter den Theologen in Zürich, die ihn bei seinem Reformationskurs tatkräftig unterstützten. Als konsequentester Mitstreiter kam schließlich noch der Elsässer Leo Juth nach Zürich und wurde Pfarrer an St. Peter. Der bedeutendste Widersacher Zwinglis war der Konstanzer Generalvikar Johannes Fabri. Ihm gelang es, einen Teil der übrigen Eidgenossen gegen Zürich zu mobilisieren, das damit in die Gefahr geriet, in der Gemeinschaft der Eidgenossen isoliert zu werden. Um dies zu vermeiden, musste Zürich dringend etwas unternehmen, um seine Loyalität zu den anderen Schweizer Verbündeten ausdrücklich zu betonen. Der Rat der Stadt lud deshalb zu einer öffentlichen Disputation ein, bei der nun über Unzulässigkeit oder Rechtmäßigkeit reformatorischer Bestrebungen befunden werden sollte. Ulrich Gebler. Zwingli versuchte diesem Mangel abzuhelfen, indem er wenigstens schnell eine Liste mit den wichtigsten Streitpunkten zusammenstellte. In diesen sogenannten 67 Artikeln ging es wesentlich um die Kritik an Papsttum, Heiligenverehrung, Mönchtum, Zölibat und Messe. Generalvikar Fabri, der ebenfalls an der Disputation teilnahm, konnte diese Artikel natürlich so nicht stehen lassen und versuchte, das Steuer herumzureißen, indem er die Notwendigkeit des kirchlichen Lehramtes hervorhob. Aus diesem Grund lehnte er die Rechtmäßigkeit der gesamten Veranstaltung ab. Ulrich Gebler. Auf Fabris Hinweis, ein Konzil müsse die Fragen entscheiden, entgegnete Zwingli, bei der Versammlung handle es sich schließlich um eine christliche Versammlung im Sinne der alten Kirche. Die Gemeinde solle urteilen, sie habe eine besondere Lehrinstanz nicht nötig. Der Rat der Stadt stimmte daraufhin mehrheitlich für Zwingli, und er ließ die Anordnung, dass in Zukunft alle Prediger sich am Wort der Bibel als Richtschnur orientieren sollten. Damit hatte der Rat bereits den Grundstein zu einem Staatskirchentum in Zürich gelegt. Denn erstmals übernahm hier eine politische Obrigkeit die Richterfunktion in einer kirchlich-theologischen Frage und entschied aus eigener Vollmacht. Dazu die Historikerin Luise Schorn-Schütte. Die ursprünglich als Instanz zur Bewertung der Rechtmäßigkeit der zwinglichen Predigt verstandene Verhandlung erhielt eine kirchengründende Funktion. Sie war zur Generalsynode der Zürcher Staatskirche geworden. Die unauflösbare Verzahnung von Stadt und Reformation zeigte sich in Zwinglis Umfeld mit einer Prägnanz, wie sie für das Wittenberg-Luthers unter der starken Hand des Landesfürsten unvorstellbar gewesen wäre. Für die gesamte reformatorische Bewegung wirkte das nachhaltig trennend. Denn das Ineinssetzen von kirchlicher und bürgerlicher Gemeinde bei Zwingli legitimierte aktives politisches Handeln, wie es von Luther nie akzeptiert worden ist. In Zürich wurden nun Schritt für Schritt kirchliche Reformen durchgeführt. Verantwortlich dafür zeichnete eine Kommission aus Pfarrern und Mitgliedern des Rates. Nichts wurde beibehalten, was sich nicht aus der Heiligen Schrift begründen ließ. So verschwanden mit der Zeit unter anderem die Orgeln, Kruzifixe, Reliquien, der Chorgesang und die Prozessionen. An die Stelle des Altars trat ein schlichter Abendmahlstisch. Was die Bilder in den Kirchen anging, gab es allerdings unterschiedliche Meinungen unter den Züricher Reformatoren. Um den Frieden in der Stadt zu wahren, fand deshalb im Oktober 1523 eine zweite öffentliche Disputation in Zürich statt, bei der es jedoch nicht gelang, die Meinungsunterschiede auszuräumen. Ulrich Gebler Das behutsame Agieren Zwinglis und der Obrigkeit ging den Radikalen zu langsam. Ihrer Auffassung nach widersprach dieses Vorgehen direkt der Heiligen Schrift. Eine sich von Zwingli loslösende Partei kündigte sich an. Die radikal-evangelische Gruppe bestritt nun dem Rat, die Kompetenz in geistlichen Dingen entscheiden zu dürfen. Hier können nur nach dem Gesetz Gottes gehandelt werden. Und da es sich zum Beispiel bei der Messe und den Bildern in der Kirche um wieder göttliche Ordnungen handle, müssten diese sofort abgeschafft werden. Doch die Mehrheit erkannte mit Zwingli der Obrigkeit das Recht zu, in kirchlichen Angelegenheiten Entscheidungen zu treffen. Der Rat der Stadt fand dann eine pragmatische Lösung. Die Beseitigung der Bilder- und Messfeier sollte über einen längeren Zeitraum auf geordnetem Weg durch die Obrigkeit vorgenommen werden. Da die radikal-evangelischen dies nicht akzeptierten, kam es zu einer Spaltung im reformatorischen Lager. Der Kirchenhistoriker Karl Kupisch Es waren begeisterte Anhänger der Reformation, die jetzt mit der Entwicklung der kirchlichen Reformen unzufrieden waren. Sie waren glücklich gewesen, dem Druck der katholischen Hierarchie entronnen zu sein. Jetzt klagten sie über das Zwangsregiment des Staates. Diese Opponenten erblickten in der Abhängigkeit der Kirche von der Befehlsgewalt der politischen Ordnungsmächte einen klaffenden Widerspruch zu der Freiheit einer christlichen Gemeinde nach der Schrift. Auch Zwingli hatte das problematische Verhältnis von Kirche und Staat nicht auf eine für alle einsichtige Weise gelöst. Die radikale Gruppe wollte ihre Lebensordnung streng an der Bibel orientieren. Deshalb verwarfen ihre Anhänger jetzt auch die Kindertaufe, weil die Entscheidung für Christus nur von einem Erwachsenen getroffen werden könne, wie dies auch in den ersten christlichen Gemeinden üblich gewesen sei. Sie gingen deshalb dazu über, die Taufe bei Erwachsenen zu wiederholen, weshalb man sie nun auch Wiedertäufer nannte. Mit der Ablehnung der Kindertaufe berührten sie einen besonders heiklen Punkt, denn die Kindertaufe gehörte auch aus politischer Sicht zu den Grundlagen eines staatskirchlichen Gemeinwesens. Deshalb ordnete der Rat der Stadt mit Zwinglis Zustimmung die Säuglingstaufe per Gesetz an und sprach ein ausdrückliches Verbot der Erwachsenentaufe aus. Wer im Widerstand verharrte und nicht fliehen konnte, musste jetzt im Untergrund verschwinden. Georg Manz wurde vor den Augen seiner Mutter mit zwei anderen Genossen in der Limmat ertränkt. Damals soll Zwingli das zynische Wort gesprochen haben, einen Wiedertäufer sollst du wieder und wieder taufen, bis er ertrunken ist. Die politische Obrigkeit, die zugleich die kirchliche Obrigkeit war, ging hart gegen alle vor, die vom vorgegebenen Kurs abwichen. Um religiös-freigeistig Gesinnten von vornherein keinen Spielraum zu bieten, baute die Obrigkeit in Zürich ihre staatskirchliche Struktur immer straffer aus. Auch die Ehegesetzgebung und die allgemeine Aufsicht über die Sittenzucht wurden jetzt dem Rat der Stadt übertragen. Von Zürich aus breitete sich die Reformation dann auch in anderen Gebieten der Schweiz aus, was von einigen Eidgenossen mit äußerstem Missfallen beobachtet wurde. Deshalb trafen die Altgläubigen nun erste Maßnahmen, um dem reformatorischen Spuk in der Eidgenossenschaft ein schnelles Ende zu bereiten.